so 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 und sein waffen nicht so scheiße die 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 ganz gut aber die hier zum Beispiel rausschmeißen so was denn mit der auch nicht so gut war lass die erstmal lass die erstmal nimm erstmal die andere da auf und guck und schockt fein und explodiert beim Nachladen hier in Deutschland buche ich effektiv gegen Schilder die sind sie jetzt über den das sieht auf jeden Fall nicht übel aus die 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 der die 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 der und und zu glauben dass ganz ehrlich es fehlt mich jetzt aber uns wie das ist so einfach war den Kerz zu besiegen ich hatte jetzt irgendwie Lack aber ganz ehrlich das ist das die Lösung im Nachhinein war denn es gibt bestimmt nur eine andere Lösung ja 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 und und dabei so schadet das wir keine Waffen nennen die große hat mit drauf die nimmst du mit da musst du natürlich eine recht werfen ähm die kleine räum mal runter die kleine Pistole da mit Kuh drauf halten also nochmal die drauf halten im Kuh und 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 die schaden macht die waffe ist es gegen die hier die hilft echte explosionsschaden dann wussten wir mal wieder die explosionswaffen auf würde ich sagen die beiden die Anschlusswaffen würde ich sagen dann bleibe ich ziemlich effektiv gegen die ja, genau so ist das fiech genau so 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 da warten die schon auf mich scheiße Vielen Dank. Vielen Dank. Das war knapp. 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 Fuck. Jetzt ist der Glück steht, wenn wir drücken. Jetzt ist der Glück steht, wenn wir drücken. Jetzt ist der Glück steht. 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 Jetzt ist der Glück. Jetzt ist der Glück. Jetzt ist der Glück. Jetzt ist der Glück steht. Jetzt ist der Glück. Jetzt ist der Glück steht. 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 für zu sehen. Bis zum nächsten Mal.